Komm! Hallo! Du bist korrekt bei dir! Ich weiß wer du bist! Was bin ich? Oder wer? Du bist tatsam! Was? Du behörst dich! Du solltest nie wieder! Komm, stark! Du wirst unglaublich beweglich! Und stark! Du musst tatsam sein! Du wirst mir jetzt spielen, Vampir! Entschuldigung! Vampir! Hast du Angst? Nein! Komm, du pust dir gerade! Ich habe keine Angst! Ich muss nur auf Zöpfchen! Warum hast du den schwarzen Flecken? Tut mir leid! Ich konnte es nicht halten! Du musst mir sagen, was du denkst! Wieso denn? Warum? Weil ich das gesagt habe! Ich denke, ich habe Angst! Jetzt! Gut! Nicht gut! Ich habe Angst! Wahrscheinlich! Ich habe Angst! Und so verliebt er sich! Der Slum ist immer so sehr! Und der Löwe? Was ist ein dummer Löwe? Was ist ein dummes Lamm? Ich bin der Lämmchen. Ich schmecke wenigstens gut. Nicht so wie der herzige Löwe, der mal umkriegt. Ey, suchst du das nicht nochmal? Alter, was willst du? Ich bin hier der Mann im Haus. Alter, ich bin nämlich auch stärker, als du denkst. Denn ich bin Taz. Boah, sieh, jetzt bist du erstaunt, gell? Ja, das hast du nicht erwartet. Ich bin jetzt, ich schwinge mich an meiner Liane vorbei. Und so endet die Love Story von Tazan und Bello. Ich bin nicht Tazan. Ich sag dir, du bist Tazan. Und Bello verkriecht sich auf dem Boden. Ich bin nicht, Bello, ich bin Tazan. Hä? Seit wann ich den Nieten geklappt habe, seit ich in Hamburg war. Ey, kommst du mal weg. Ich werde nicht.